Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, Freunde. Wir haben das letzte Mal jemand Neues kennengelernt, nämlich den Yoshimo oder Yoshi, Yoshi, wie ich ihn einfach nenne, und sind in der zweiten Etage angelangt. Ja, wir haben schon ein bisschen von Yoshino was gehört, ähm, was es hier denn so geben wird. Scheint auch wieder ein sehr großes Gebiet zu sein. Ich bin jetzt aber mal neugierig und werde mal ganz fix, ähm, in das... Ihr seid zu weit entfernt. Okay, ich hab schon befürchtet, ich komm nicht mehr zurück. Aber es geht gut. Es ist kein Einwegportal. Wir kommen jederzeit auch wieder zurück. Ähm, ich wollte jetzt mal ganz schnell checken, wo uns das hinführt, weil, äh, das da oben, das scheint ja dann doch wieder ein größeres und auch reguläres Gebiet zu sein, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Vielleicht ist das ja nur ne Art Bonus. Oder es ist die gleiche obere Etage, nur von woanders herkommend. Das, äh, wäre nicht uninteressanter, wenn wir zuerst das erforschen würden. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Gruppe mal wieder dorthin gelatscht ist. Aber es ist zum Glück diesmal nicht so weit weg. Gut, äh, Yoshimo, der hat ja sein Zeug an, so was er kann. Unser Kopfgeldjäger. Bin ich mal gespannt, was da noch so rauskommt. Aber nun gut. Da kommen sie angeschlappt, unsere Helden. Noch ein bisschen näher, bitte. Also, hallo, äh, John. Komm mal genau da hin. Steht doch schon genau da vorne. Was hat er denn? Ihr seid zu weit in der Zeit. Wollt ihr mich veräppeln? So, geht doch. Vielleicht hat auch jemand anderes den Stein und deswegen... So, jetzt bin ich... Oh, das sieht aus, als wird das... Ist das das Gleiche jetzt? Ich glaube schon, ne? Es führt... Beide führen ins gleiche Portal. Okay. Gut, dann haben wir ja nichts verpasst. Wunderbar. Dann können wir weitermachen. Ein Zauber. Personen festhalten, wenn ich mich nicht irre. Und ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. Das finde ich wunderbar. Dann gib mir Heilung. Okay, damit kann ich leben. Als Dankeschön bekommst du nix. Aber dafür Imoan. Personen festhalten. Mal gucken, ob sie es lernen kann. Jawohl, sehr schön. Gut, 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 gut. 3.000 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal weitermachen. Mal schauen, was der Yoshi uns da so erzählt hat. So, jetzt gibt es wieder die kleinen Dinger. Ja, er hat ja schon gemeint. Mifid-Portal. Ja, die wohl immer wieder neue hervorrufen, wenn wir erst mal das töten würden. Aber wir gucken mal, wenn der Rauch und Mifid tot ist, dass wir dann vielleicht die Zeit noch haben, die Portal in Ruhe zu machen. Ich hoffe, dass... Ach, shit, da kommen immer wieder neue, ne? Oh, wer ist denn das? Magma empfiehlt, okay. Aber ich weiß nicht, ob das clever ist. Wie viele Portale sind das bitte? Egal, wir sind zu viert. Wir werden mal gucken, mit was greifst du denn... Okay, du greifst mit der richtigen Waffe an. Und Jahera? Alles klar, dann los. Wer steht da und macht nix? Jahera, was ist los? Ich wünsche es doch, sehr. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Es ist ein bisschen viel. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Aber der Schaden ist ja noch... Ey, ihr schlagt alle auf einen drauf. Ich wollte es schon meinen. Wie lang kann das bitte dauern? Komm schon. Greff doch mal ein bisschen mehr, bitte. So. Und da wird der Nächste produziert. Okay, wir hauen jetzt das ab. Das macht keinen Sinn. Wir hauen zuerst auf die Portale. Doch, die halten nicht so viel aus. Man trifft sie besser. Oh ja, die gehen sehr schnell kaputt, die Portale. Hätte ich gleich so machen sollen. Egal. Jetzt ziehen wir es durch. Ja. Vier Portale. Unterschiedliche Farben. Bei jedem Portal kommt ein anderes Empfee draus. Hopp, komm, greif das Ding an. Komm. Weiter, 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 weiter. Lasst euch nicht immer so beirren. So. Minz kriegt es jetzt ordentlich zu spüren. Der Arme. So, die Portale sind down. Und mit den Portalen sterben auch die Viechers. Ah, hätte ich das gleich gewusst. Hätten wir das... Komm, das machen wir nochmal effizienter, oder? Das wusste ich gar nicht, dass die dann auch sterben, die Beschworenen. Das ist ja super. Dann machen wir das jetzt gleich so. Mal gucken, ob wir besser durchkommen dann. Die hängen jetzt irgendwie wieder fest. Ich will auch, dass du damit hilfst. Alle aufs Portal, bitte. So. Jawohl, nächster. Ja, das ging sehr schnell. So muss das. Und hier noch einmal. Der letzte. Dann müsste auch der drauf gehen. Nö, der ist echt okay. Oder eben auch nicht. Wunderbar. So. Mensch, das ging ja nochmal gut. Trefft euch mal alle zusammen. Beruhigt euch. Der Kampf ist vorbei. Okay. Strahlungs-Empfit. Mensch, was es nicht alles gibt. Okay, gucken wir uns jetzt um. Hinterlassen haben sie uns nichts. Aber hier gibt es jede Menge... Ähm... Goodies. Erstmal möchte ich mir aber diese Leiche anschauen. Oh nein. Seid verdammt. Seid verdammt. Ich werde denjenigen, die das getan haben, die Herzen aus dem Leib reißen. Ich werde in ihre schwarzen Herzen rausreißen. Ich werde... Ich... Nein. Okay, Kali ist also jetzt wirklich gestorben. Er hat es nicht geschafft. Ähm... Es wurde schon so halb gespoilert in der Biografie von Shahera. Aber jetzt wissen wir es definitiv. Das ist nicht wirklich, oder? Er kann einfach nicht tot sein. Seid still. Bitte keine Worte mehr. Worte bedeuten nichts. Ich kannte ihn nicht. Aber ich trauere um euren Verlust. Fremder. Niemand. Ich werde mit eurer Worte nicht länger anhören. Verschwindet. Ein tapferer Mann ist dir gefallen. Aber das ist kein Grund, Beleidigungen gegen die Lebenden loszulassen. Hier. Bo wird euch beruhigen. Oh Mann. Blödian. Affront gegen die Natur. Was könnt ihr und euer dummes Nagetier schon wissen? Was könnt ihr schon wissen? Keine Worte. Keine Worte mehr. Erspart euch eure Ansprachen. Erspart euch eure klugen Sprüche. Die einzige Stimme, die ich hören will, ist für immer verstummt. Nie mehr. Nie. Nein. Silvanus führe das Licht zur Quelle. Führe diesen Mann zu dem Schicksal, das er sich rechtsmäßig verdient hat. Beim Willen der Natur, was gegeben wurde, wurde wieder genommen. Was anfuhr war, ist nun, ist nun, äh, auffuhr war, ist nun Frieden. Kalid, Stern meines Herzens, möge meine Liebe, möge meine Liebe den Weg leuchten. Wir, wir müssen uns beeilen, bevor uns noch jemand bemerkt. Wir müssen einen Weg aus diesem, aus diesem Grab herausfinden und zum Licht der Oberfläche zurückkehren. Gehen wir. Oh Mann, das ist aber echt krass, äh, gut um, umgesetzt, wie sie da jetzt total fertig ist mit der Welt und jeden Anfahrt. Das wird ja wohl jeder tun an ihrer Stelle. Da helfen auch die liebsten Worte erstmal nichts, wenn man in dieser Mischung aus Wut und Trauer natürlich ist. So. Hm. Okay, nee, dann nehmen wir doch besser das Erste, auch wenn ich nicht glaube, dass das geht. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, ihn ins Leben zurückzurufen. Sollen wir es nicht zumindest versuchen? Er, Kalid, ist tot und zwar schon seit einiger Zeit. Wenn ein gewisser Punkt überschritten wurde, ist eine Erweckung nicht mehr möglich. Vor allem da nicht, wenn, wenn der Körper entweiht wurde. Wir leben in einer Zeit der Wunder und die Natur erlaubt die Wiedergeburt zahlreicher, die dahingeschieden sind. Aber dennoch gibt es manchmal einen Zeitpunkt, an dem man jemanden gehen lassen sollte. Mhm. Dann werden wir die Ruhe seines Körpers nicht mehr weiter stören. Wir werden sein Dahinscheidern durch unsere künftigen Taten würdigen. Das ist der Lauf der Dinge. Dieses Verbrechen wird nicht ungesühn bleiben und ich werde nicht ruhen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Wenn es uns möglich ist, werden wir dafür sorgen. Genug. Ich möchte diesen Ort jetzt verlassen. Ja, wollen wir das nicht alle, allerdings... Ja, Hera. Ich möchte euch sagen, wie leid mir das mit Kalid tut. Ich... Ich weiß, wie schwer es ist. Nein, ihr wisst gar nichts. Es ist nicht die richtige Zeit für dieses Gespräch, mein Kind. Hört auf, mich Kind zu nennen. Ich bin genauso alt wie John und außerdem weiß ich, dass Kalid nicht gelitten hat. Was quasselt ihr da zusammen, Nimoun? Ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Ich quassle nicht. Ich habe gesehen, wie er es getan hat. Kalid war bereits tot, als unser Entführer begann, diese Dinge mit ihm anzustellen. Ihr habt es gesehen? Ihr habt zugesehen, als es geschah? Er... Ich musste zusehen. Er schnitt und zeigte es mir. Er zwang mich, die Augen aufzumachen und zuzusehen, wie er... Hört auf! Ich will das nicht hören. Er sagte, ich solle zusehen, damit ich verstehe. Aber ich weiß nicht, was er wollte. Er hat geschnitten und gesagt... Seht ihr? Geschnitten und gesagt... Seht ihr? Seid ruhig, Kind. Ich will jetzt nichts mehr hören. Ach, Nimoun, also das hat es jetzt wirklich nicht besser gemacht, das so ins Detail zu gehen. Was? Auch wenn er schon tot war. Aber trotzdem. Und schöne Vorstellung auf jeden Fall. Dieser kranke Typ, ey, es ist... Nicht ohne. Aber na gut. Jetzt versuchen wir über den Verlust hinwegzukommen. Ich habe Kalid eh noch nie gemocht. Und... Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Nein, nicht du. Du guckst um, ob es hier Fallen gibt. Und ich fange schon mal hier an. Aha. Gut, nehme ich mit. Ein Steinchen und ein Beschwörungsstabschlüssel. Damit man auch ganz sicher gehen kann, dass wir die gleich von Kalid gesehen haben. Sehr schön. So, hier ist also nichts. Gut. Hier ist noch ein Stein. Toteswolkenstabschlüssel. Ich glaube, langsam dürften wir alle Schlüssel haben. Schutz vor magischer Energie. So, dann hier. Ein Ring. Aber ich habe keinen Platz. Na toll. Leute, ihr müsst mir aushelfen. Was sind das? Bolzen? Ja. Wir brauchen doch keine Bolzen. Imon, schau es dir an, bitte. Ich brauche eine Schmucktasche. Hm, was haben wir denn hier? Imon, auch was für dich. Schutz vor magischer Energie. Das kennen wir. Leider nicht gelernt. Oh Mann, so viele Schlüssel. Ach, irgendjemand soll mal diesen Drang in seinen Slot machen hier, damit wir Platz sparen. So. Ja, Ringe sind mir willkommen. Ich habe noch keine. Auch wenn die noch nichts bringen, natürlich, am Anfang. Aber egal. Man hat den Slot frei, dann zieht man es auch an, ne? So. Da hinten. Noch ein Schmuckstück. Und das hier könnte was Verfluchtes sein, wenn wir Pash haben. Das müssen wir uns auf jeden Fall erst angucken. Wie sieht es denn aus hier? Okay, Bolzen plus eins konntest du schon mal erkennen. Das hier nicht. Dann gucken wir lieber mal rein. Ja, der Fluch der Schwäche. Diese Schriftrolle ist verflucht. Wie so oft. Ähm, mal wieder. Verfluchte Gegenstände. Verfluchte Schriftform. So, jetzt du da hoch. Nur um sicher zu gehen. Da sind noch weitere Zellen und Kisten, aber da komme ich nicht ran. So, ich habe da unten alles gemacht, ja? Joa, sieht sicher aus. Dann gucken wir mal an die Kiste. Und wir haben zwei weitere Türen. Und da haben wir einen Feuerstabschlüssel. Ein Bastardschwert, das lasse ich liegen. Und die Pfeile ebenfalls. Okay. Coole Sache. So. Okay. Dann können wir weitermachen. Tja, eh ne mene muh. Ich mache erst mal hier weiter. Vielleicht ändere ich gleich meine Meinung, wenn sonst was passiert. Ja, wenn ihr wollt. Nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, da kommen wieder solche, ähm, ja, Dinger. Mal gucken, was die uns so erzählen. Wenn da überhaupt noch jemand lebt. Oh, da ist jemand. Attaciert einen entflohenen Klon. Der Meuschelmörder. Die Schattendiebe. Aha. Ist es denn ehrenhaft, gegen einen dieser kaputten Klone zu kämpfen? Ich werde mal da dazwischen gehen. Hallo. Aufhören. Stopp. Entflohener Klon. Hallo. Könnt ihr bitte damit aufhören? Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr habt hier nichts verloren. Ah, ihr seid wieder da, um mich zu quälen, mein Meister. Sieht gar nicht wie so ein... Okay, sieht ja fast eigentlich wie ein normaler Mensch aus, ne? Ah ja, klar. Ein Klon eines Menschen. Aber es sieht halt aus, als wäre es ein erfolgreiches Experiment. Was auch immer er da... Ja, wenn er das überhaupt erreichen wollte. Ich weiß ja nicht. Ähm, es gibt irgendwas... Okay, ich kann jetzt einfach mit der reden, obwohl sie gerade attackiert wird. Ähm, sagt mir, wer ihr seid, was ihr hier tut. Ihr wisst, wer ich bin, Scheusal. Oder verwechselt ihr mich etwa mit ihr? Ihr habt mich geschaffen, Dummkopf. Und getötet. Und geschaffen. Und getötet. Und geschaffen. Und jetzt werde ich euch töten. Aha. Also, das klingt für mich... Ähm, verwechselt ihr mich mit ihr? Kann es sein, dass er seine Frau irgendwie wieder produzieren wollte? Wie auch immer. Dass er sie klonen will? Soll ich in diesem zentralen Ding irgendwie die Frau? Und... War das sein Ziel? Hat ja toll geklappt. Ähm, ja, okay. Die ist auf jeden Fall pissy. Dann bin ich wohl auf der Seite des Schatten-Typies hier, hä? Ja. Meuchelmörder. Na gut, der kann uns dann nachher erzählen, warum der hier ist. Jetzt haben wir erst mal wohl den gemeinsamen Feind. Tut mir leid. Das hätte ich... Vielleicht doch eine andere... Hätte ich vielleicht doch sagen müssen, dass ich nicht der Meister bin. Jetzt leben wir mit der Konsequenz. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Es tut mir jetzt leid. Oh, nee, hat sich jetzt... Ist jetzt der eine auch down? Oh, nee, sind die jetzt gleichzeitig gestorben? Nein! Meuchelmörder stirbt! Ich wollte noch mit ihm reden! Ah! Jetzt stirbt er ausgerechnet gleichzeitig. Ich glaub's ja nicht. Guck mal, ein Geschossstabschlüssel. Naja, damit lebe ich jetzt. Habe ich Pech gehabt? Ja. Äh... Was für eine qualvolle Kreatur dieses Klon-Ding war. Sie war eine Kopie? Die Kopie einer anderen Person? Ich frage mich, warum Irenikus sie erschuf. Ich bezweifle, dass er sich an ihrer Gesellschaft erfreut hat. Er steht über solchen Sachen. Ihn fasziniert nur der Tod. Er zeigt es mir. Immer und immer wieder. Ja, immer und ich weiß es langsam. Ich meine, okay, sie scheint wirklich ein bisschen traumatisiert durch die Sache zu sein. Was man ja auch durchaus nachvollziehen kann. Aber... Ich kann jetzt auch leider nichts daran ändern. So. Die großen Behälter sind allsam mit Klonen der gleichen Frau gefüllt. Zumindest mit Teilen von ihr. Einige dieser Kreaturen leben. Aber der Großteil schwimmt leblos in seiner Flüssigkeit. Einer der Behälter ist zerbrochen. Ja. Und da ist die entkommen. Hat aber anscheinend noch ihre eigene Persönlichkeit. Ähm... Was natürlich die Sache mit der Klonerei... ...dann schwierig macht. Ne? Wenn die sich noch an alles erinnern. Und naja, ähm... Ja. Gut. Was der Schattenmörder uns hätte sagen können, werden wir nie erfahren. Wie gesagt, es gibt Sachen, da werde ich auch laden. Aber in dem Fall werde ich einfach mal die Konsequenz über mich ergehen lassen. So. Mal gucken, ob da noch irgendeiner lebt. Sieht diesmal... Irgendwas habe ich gerade gehört. Sieht diesmal ziemlich schlecht aus. Muss ich nicht immer wieder draufdrücken. Solange nicht das Benutzenfeld kommt. Ne. Heute werden wir mit niemandem reden. Die zentrale Einheit scheint die anderen Einheiten mit Energie zu versorgen. Ja, offensichtlich. Sonst ist hier nichts. Glaube ich. Hoffe ich. Okay. Ja gut. Schade um die beiden. Gehen wir weiter. Eine Halskette. Yoshi. Das ist deine. Ich habe ein bisschen viele Schlüssel. Hat es nicht geheißen vier? Ich habe jetzt sechs. Oder vielleicht hat es auch geheißen sechs. Dann habe ich jetzt alle. Das wäre auch super. Mal abwarten. Wäre aber Zeit, dass wir die Schlüssel langsam loswerden. Die müllen mein Inventar extrem zu. Das mag ich nicht. So. Da bleibt ja nur noch die Tür. Hallo. Erneuter Meuschelmörder kämpft diesmal gegen einen Eismethit. Diesmal werde ich mich noch mehr beeilen. Und hoffentlich wird der Meuschelmörder mal überleben. Nein. Warte. 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 Stimmt. Das müssen diese Eindringlinge sein. Oh. Er wird aber auch böse. Er wird auch böse. Wie schade. Also nichts mitreden. Ja. Dann habe ich also auch nichts verpasst. Dann wäre der vorhin bestimmt auch böse geworden. Also alles okay. Das dürften die Angreifer sein. Die Irenikus ja dann ganz am Anfang. Ja. Abgelenkt haben. Weswegen wir überhaupt fliehen konnten. Also aus irgendeinem Grundfeld. Irenikus. Festung. Oder. Was auch immer. Wird sie angegriffen. Demzufolge ist das. Sind wir in keinem Luftstisch. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht. Nachgedacht. Das war ja keine normale Tür. Durch die wir gegangen sind. Das war ja. Das war ja ein Portal. Und es war dann einfach in einer anderen Sphäre. Oder so könnte man sagen. Wo er eben diesen Gin aufbewahrt. Wahrscheinlich aus guten Gründen. Und sah halt nur sehr cool aus. Aber ich glaube nicht, dass wir uns in einem Luftschiff befinden. Das würde auch von der Architektur hier unten überhaupt keinen Sinn machen. Das ist eher was Unterirdisches. Ich glaube es hieß ja am Anfang auch. Also dass wir in einer Art Kanalisation eigentlich sind. Wo er sich eingenistet hat. Also wenn das hier wirklich eine Kanalisation ist. Beziehungsweise als eine durch geht. Dann ist das eine der aller 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 wenigsten Kanalisationen die ich mag. Muss ich mal an der Stelle sagen. So. Ein paar Goblins. Die können ja nichts. Jetzt wo wir zu 15 sind, ist es noch einfacher. So. Da schnappe ich mir mal das Gold. Das will ich nicht haben. Das hier nehmen wir an uns. Die Pfeile lasse ich liegen. So. Hier ist was für dich im Ohn. Das ist der Schockgriff. Den kennen wir noch. Und sie hat ihn gelernt. Sehr gut. Okay. Dann mal weiter. Guckt bitte wieder nach Ballen. Okay. Los. Okay. Was haben wir denn da jetzt? Was höre ich denn da schon wieder für eine Maschine? Auf die Map gucken. Da kommt noch einiges wahrscheinlich. Okay. Gut. Dann mal los. Aha. Was haben wir denn da für gigantische... Wow. 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 Das war jetzt übelst. Dabei habe ich nach Fallen gesucht. Oder hat das... Zeit aufzubrechen. Warum hast du damit aufgehört? Ich habe es dir gesagt. Ja. Mach nicht so, als hätte ich nichts gesagt. Ja, das habe ich jetzt geladen. Da war mir der Schaden viel zu deftig. Und außerdem hätte ich gern die Erfahrungspunkte für das Entschärfen. Stopp, stopp, stopp. Ich will jetzt wissen, ob ich moan. Das hört wieder aufgehört. Normalerweise hört sie doch nicht auf, nur weil ich mich bewege. So, jetzt warten wir mal ab. Ach, das kann ja Yoshi ein bisschen besser, aber egal, die fünf Punkte abwarten. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Du sollst nicht jammern, du sollst eine Falle suchen und wegmachen. So, eins, sieben, fünf. Finde ich auch sehr gut, dass das alles Gruppenerfahrungspunkte sind und nicht einzeln. Sonst wäre das ja ein ungemeiner Vorteil für alle Diepe und Zauberer. Oh mein Gott, was ist hier los? Ist das wieder einer dieser Mäuschenmörder? Ja. Okay, ich dachte schon, der ist wichtiger. Gut. Mal gucken, was der jetzt wieder angreift. Uh! Okay. Das sind anscheinend dicke Fallen. Ah, du. Wie mies. Okay, der hat eine Falle ausgelöst, aber... Ich traue mich fast nicht zu dem hin. Ah, der wirft. Okay, dann rennen wir doch mal da rein. Dann muss er nachkommen. Shit. Ah, das war seine Fall. Ich dachte schon, ich laufe in eine. Haha. Ja, der hat sich fast selbst gelünscht. So, hier bleibe ich jetzt, damit der Typ... Shit, jetzt habe ich eine ausgelöst. Nö, das machen alles die. Okay. Finde ich nice. Hab da mal alle durch, weil dann traue ich mich auch langsam mal in die Mitte. Nur der Typ, den muss ich noch ein bisschen herlocken. Ja. Jetzt müsste es eigentlich safe sein. Hoffe ich. Der... Oh, nein, 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 nein. Hilfe, nein. Das war doch nicht safe. Okay, aber jetzt ist Schluss damit. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt werde ich den Rest mit Emon checken. Auf geht's. Ah, ja, ja. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Also, das da voll mit Fallen gespickt. Schön. Ja, ist super schön. Und jetzt ist keine mehr da, ne? Das war jetzt natürlich die letzte, oder was? Was? Ne, ne, ne. Das nehme ich jetzt aber nicht so hin. Jetzt siehst du es. Oh. Ey. Okay, dann nehme ich es halt auch hin. Meine Schuld. Falle nicht entschärft. Warte mal, Yoshi. Wie kannst du... Ich denke, ich bin soweit. Ich kann aber auf einer Nacht in der Gifze tanzen. Ach, weil der so halb draufsteht. Schafft ihr das nicht? Oh, und wenn ich es nicht schaffe, dann wird sie gleich ausgelöst. Wie mies ist das denn? Wir schaffen dir es nicht wegzumachen. Ey, wie gut sind die Fallen bitte? Egal, weiter. Irgendwann muss sie doch starten. Bei ihr passiert seltsamerweise nichts. Seht ihr das? Nur bei ihm. Hä? Jetzt kann ich sie nicht mal mehr sehen. Fallen. So. Ich kriege sie nicht weg. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Warte mal. Stell dich mal dahin, wo... Yoshimo ist bereit. Stell dich mal dahin, wo... Imon ist. Wo sollt ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Jetzt kriegt er auch nichts mehr ab. Ah, doch. Okay, es scheint Zufall zu sein. Ich kann es auch probieren, wie ich will. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ah, dass ich die Fallen nicht wegkriege, das ärgert mich jetzt aber. Ist mein Skill nicht hoch genug. Shit. Ah, ich habe es halt befürchtet, ne? Wunder, das ist jetzt auch nicht so viel. Jetzt habe ich schon zwei Diebe und sie helfen mir trotzdem nichts. Ärgerlich. Okay, dann werden wir da halt besser nicht durchgehen. Oder nur, wenn es sein muss. Oh, erst mal die Tür öffnen. So, wir werden jetzt gleich hier versuchen nach rechts. Wir mischen uns da gar nicht ein, großartig. So, der Typ soll kommen, wenn er was will. Geh noch ein Stück, damit er herkommen muss. Jetzt ist er durch. Und jetzt können wir ihn auch töten. So. Okay, das war jetzt doch ein bisschen angenehmer. Ich denke, ich weiß nicht, vielleicht... Ja, wir müssen durch die Fallen, wenn ich wissen will, was da hinten ist. Aber wir können ja erst einmal den Weg gehen. Und dann später tun wir es uns das halt an. Das tut halt weh, ne? Wenn das so richtig geile Fallen sind, dann würden die auch richtig viele Erfahrungspunkte geben, wenn ich es schaffen würde. Aber ihr habt es gesehen. So oft, wie ich es probiert habe, mit 100 ist da wohl nichts zu machen. Halt. Apropos Fallen. Ja. Wir müssen noch mal gucken. Da liegt noch jemand. Wenn ihr wollt. Okay, okay. Okay, ich wollte nur noch gucken, ob es noch aktiv ist. Wenn ihr wollt. Na, wenn da jemand liegt, könnte doch auch eine Falle sein. Scheint aber safe zu sein. Okay. Hallo, hallo. Hallo, mein Freund. Ah. Oh, ein Moschelmutter, der mal redet. Ah, ich habe doch gewusst, dass es hier unten Stärkung geben würde. Kann allein gar nicht so mächtig sein, habe ich gesagt. Ich beende diese Sache einfach hier und jetzt. Ihr werdet das Ende von Irenikus und diesen kleinen Gildenkrieg erleben. Noch bevor der Tag zu Ende geht. Aha. Ach, ich würde gerne wissen, wovon er redet. Aber wenn ich mich jetzt unwissend gebe, dann weiß er, dass ich nicht zu ihm gehöre. Ähm. Aber spielt das eine Rolle, wenn wir den gleichen Feind haben? Gildenkrieg, wovon redet ihr? Ich will ja einfach nur aus dieser Höhle raus. Ne, das sage ich nicht. Ich bin kein Freund von Irenikus. Ich werde mit euch gegen ihn kämpfen. Ich werde euch keinen Glauben schenken. Stich, einen Alliierten direkt aus dem Herz des Biestes zu nehmen, wäre mehr als dumm. Sich einen Alliierten, ja. Ihr werdet hier nicht kampflos entkommen. Euer Meister wird sterben. Und ihr werdet mit ihnen in den Tod gehen. Och, nö. Geht mir aus dem Weg. Ich will gegen keinen von euch kämpfen. Ich will hier nur weg. Ihr und eure Gilde werdet sterben, egal was ihr sagt. Äh. Ich mag ja, ich muss ran. Hier sind die Gefeilen. Da ist noch einer. Aber egal. Wir widmen uns jetzt dem hier. John macht einen sehr schönen Schaden für den Anfang. Das gefällt mir. Seien zwei Waffen. So, der nächste. Jetzt du. Schlappen wir uns die Kohle. Habt ihr noch was brauchbares? Gar nicht mal so ohne. Okay. Wo sind wir hier? Hier hinten könnte es weitergehen. Gegen so Maschinen, von denen wir keine Ahnung haben. Können wir eh nichts machen. Und hier geht es offenbar weiter. Lass mich mal kurz rauslunzen. Ja, das sieht doch schon verdächtig nach einer Kanalisation aus. Nicht wahr? Aber, ich glaube, wir müssen echt, ich glaube, hier ist nicht, hier ist Dead End. Also, wir müssen hier, ich glaube, dass es hier eventuell weitergeht. Vermutlich kommen die Meuchelmörder ja auch hier durch die Kanalisation. Ich denke, dass der Ausgang schon relativ nah ist. Aber ich will wissen, was hinter diesen Fallen ist. Also, einer muss der Depp sein quasi, der da durchhuscht. Und dann gucken wir mal. Ihr habt es ja gesehen, die Fallen sind jetzt nicht so extrem stark. Dann läuft man halt mal drüber und gut ist. Mit etwas Glück trifft es ja eh nur ein. Okay, das machen wir dann aber das nächste Mal hier. Und dann mal gucken, ob wir aus dieser Hölle auch schon entkommen können. Allerdings, nee, kann ja gar nicht sein. Ich habe hier meine Stäbe, die muss ich auch noch nutzen können. Mal gucken. Naja, wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Wenn es ja weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate 2. Bis dann.